Lalalala 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 Sodale Oh, wie laut Hallo? Hallo? Ja, die Tür ging nicht auf Welche? Meine Sie bliebe zu Sie bliebe zu Deutsch Krichst du es Deutsch, mutterficker Aua Das war nicht schlecht Ja, das war nicht gut Ne, ich muss das Holz nochmal rausrufen an der Stelle So tue er dieses Da kommt der Schornstein hin Ah, also hier ist der Boden Dann können wir hier schon mal zuklappen Und alles schön auffüllen Ne 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 Oh, das ist alle Hast du noch Hast du noch Fackeln? Ja Ich behalte sie Ich mach mir selber welche Echt, ich hab die Schnauze voll von dir Ey, was hab ich denn jetzt gemacht? Ich mach mir einen Koppelschornstein Du bist doch weh Früher hatten die Leute keinen Ziegel Ach ne, hatten sie nicht? Was hatten sie dann? Holz Holz So ist das schön Na, noch ein paar Details Aua Ach, ich zu Du lässt das Dach aber schon überhängen, oder? Wie? Ja, ich muss Oder bleibt das so? Nein, da kommt jetzt noch was in Gut Ich hab nur Oh, Alter, ich hab mich grad so erschrocken Ich hab mich so unglaublich sehr erschrocken Ja Ja Jetzt kommt der nicht auf mich zu Er kommt nicht aus dem Loch raus Was ist der mit dem? Alter, ich hab mich so dermaßen erschrocken Heiligisch Die Creepern der Map gefallen mir nicht Ja, aber hallo Die sind ziemlich gemein Die sind ziemlich gemein Ich sollte mal einer ausschalten So, jetzt mach ich mir das mit ein paar Feckelchen So, das bauen wir hier zu Aber das bleibt trotzdem offen, ne? Ich weiß nicht wovon du redest, aber ja Ja, die Leute die hier mal zuschauen Und auch Sound haben Die wissen wovon ich red Eins, zwei Eins, zwei Eins, zwei Der muss hier erstmal dicht So Dann macht der einfach dicht Ja Der ist doch nicht ganz dicht Die Musik ist mir immer nur zu laut So Tipptopp Alter Ich glaub Ja Nichts So spreche er mit mir Ich red kein Wort mehr mit dir Ja wie? Ich wollte der Du hast den Überhang gemeint Ja der kommt Der kommt gleich Ja das ist ja wunderschön Das freut mich Also Mein Herz ist erquickt Es springt vor Glück Kriegst jetzt deinen lyrischen Orgasmus Was für ein Teil Oh weh Du findest dich selber auch am lustigsten oder? Ein bisschen Ich muss schon wieder abliegen Ja Lass mal alles raus was da ist Ich wärs gleich in deine Kiste wenn ihr nicht aufpasst Ich wärs nicht meine Kiste die bleibt ja sowieso stehen Muffi Irgend so scheiße da die Hä magst du ne Hähnchenkeule? Steckst du dir sonst wo hin? Muffi Muffi Sag mal Ich komm darauf nicht klar Was hast du denn? Was hast du denn? Ey da vergisst der Idiot einfach nen Stack Erde Wer denn? Ja ich Ja ich So Dörpkiste rein mit Und jetzt ist Ruhe auf geht's Ööööö... Hatterher noch Lehm Jetzt brauch ich tatsächlich mal Blumentöpfe Schau in meinen verdammten Ofen In deinen Ofen, ne? Ich klau mir da ein paar Blumen bei dir. Wehe. Du hast so viele schöne da stehen. Ne, ich hab im Keller in der Kiste, in der Bio-Leck-Kiste so viele Blumen. Boah, ich pack dir jetzt mal was in deiner Kiste. Bitte? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, bisschen Gunpowder. Gunpowder. Geil, dann kann ich wieder Dünner mit erstellen. Dünner mit. Dünner mit. Ich nimm Dünner mit. Ja, nimm meinen. Ich mag Dünner mit. Du magst Dünner nicht? Nee. Echt jetzt? Wow, das schockt mich grad. Ist mir eigentlich scheißegal. Wieso hab ich denn schon wieder keine Schaufel mehr, verdammt? Hast du ne Dingkiste bei dir? Ne was? Ja, hast du, danke. Schreien. Ja, ne Dingkiste halt. Sprickst du es? So, warte, ich mach jetzt so viel Schaufeln, dass es ausreicht. Fünf. Das reicht doch vorne und hinten nicht aus. Ach, bestimmt. Wir haben jetzt bald kein Eisen mehr. So sieht's aus. Du hast das ganze Eisen dafür verschwendet, wenn der ganze Cobblestone... Ich hab jetzt noch acht Eisen, ja. Ja. So, die Blume nehm ich mit. Die nehm ich mit. Nimmst du mit, oder? Wir müssen jetzt mal hier die Detailarbeit machen. Aha, Detailarbeit. Ach, ich wollte noch den Überhang machen. Ja, und wehe, wer nicht? Dann mach ich ihn eigenhändig, oder ich fackel dein Haus einfach ab. Ja, ich brauch erst mal... Ich brauch erst mal... Ich muss drücken. Du brauchst erst mal... So, das sollte reichen erst mal. Wie komm ich denn jetzt auf das Dach drauf? Gar nicht. Ja. Zack. Zip, zapp. Schnabel ab. Nee. Schnipp, schnapp, Haare ab. Was du da redest, ey. Er labert und labert, und er hat keinen Plan. Ich bin der Mann mit dem Plan. Du bist der nette Mann. Ja... Hm... Bitte? Ach, jetzt muss ich erst mal den Kuchen... Kuchen. Was koksen? Meine Kiste... In deiner Kiste hast du Koks. Das sollte reichen. Jetzt machen wir den Überhang. Fertig. Und... Dann müssen wir uns mal hoch... Hepp, hepp, hepp. Heppa, heppa. Rinde mit. Zack. Zack, zack, zack. Ab geht die Brust. Mein Haus ist jetzt schon viel schöner als deins. Ähm... Wir können gerne Umfrage starten. Ja. Da werden dann drei Leute abstimmen. Ja. Die 3 zu 0 für mich. Und ich werde für mich stimmen. Ich werde für mich stimmen. Ja, dann steht's halt 2 zu 2 wahrscheinlich. Wo bist du denn grad? Ja, hier. Ach da, komm, ich gucke. Platt. Au. Ja, was willst du jetzt hier? Ich guck mir mal. Ah, nur mal gucken. Oh, guck mal. Wenn man sich hinstellt. Bitte? Das sieht doch schon mal ganz schön aus mit unseren Häusern, ne? Ja, vor allem mit meinen. Jetzt wo die gleich groß sind. Deins ist höher. Du Sack. Ja, ich wollte immer hoch hinaus. So. Jetzt hat's zwar nie ganz gereicht, aber... Jetzt brauche ich noch das zweite Bett für das zweite Schlafzimmer. Sag mal, du übertreibst es aber. Bitte. Du denkst dir doch auch YOLO, oder? Wenn ich mal weiblichen Besuch habe, dann... Aha, weiblichen Besuch, okay. Man weiß ja nie, was hier passiert. Oh, wer bist du denn? Hallöchen, mein Freund. Ist es ein Mädchen? Nein. Ja doch, es war ein Knochi. Ich kenn... Ach so. Ein Insider. Du siehst, was ich da gemacht habe. Du bist böse. Ja. Tut mir leid. So bin ich nun mal. Das gehört zu meinem Stil. Ich muss so sein, das ist mein Gimmick. Was? Aber du hast keinen Stil. Bitte? Das würde ich jetzt aber nicht gehört haben. So, jetzt machen wir hier die Leiter wieder hin. Machen wir das? Jaaaa. Yippie. Wieso? Du hast so ein riesen Haus. Du könntest doch locker so ein Treppenhaus bauen. Das sieht scheiße aus. Ich will jetzt mit Leiter haben. Aber das ist doch tausendmal cooler als eine Leiter. Putzi? Ja. Halt die Fresse. Ich mach dir nur Vorschläge. Schau mal, das passt so... Ne, passt nicht. Hm. Hier wird... Ne, hier passt auch nicht. Hier im Schlafzimmer. Kannst du bitte wieder rausgehen? Kannst du aus meinem Haus verschwinden? Ich lasse nur alle Türen auf. Kannst du aus meinem Haus verschwinden? Ich hab nur alle Türen aufgemacht. Ja, da kommen gleich noch Dings hin. Turtplatten? Ja. Oh, du bist ja modern. Oh, die schon mal ganz schön nervig sind. Ja, die machen immer klack, 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 klack. Ich laufe immer vor die Türen dabei. Und haust du deine Nase an. Jetzt machen wir hier ein Blümchen hin. Oh Mann, Alter, das ist noch mal zu viel. Aber es wird schon weniger. Ne? Ja, ich bin ja froh. Komm, lass schlafen gehen. Ja, schlafen. Schlafen ist ein guter Schlaf. Hä? Der ist so schlafig. Und schlaf. Dass du wieder laberst. Ich weiß auch nicht. Ich muss mal einen Schluck nehmen. Einen Schluck? Ah. Das tut immer so gut schlafen, weil da kann ich immer einen Schluck Wasser trinken. Das ist so angenehm. Ich hatte doch mal Schilder. Ich hab eins. Hier sind zwei. Ich brauch eins. Nimm da auch eins. Nimm halt das noch. Nein. Bitte. Ohne Witz, ich muss irgendwas kaputt machen. So. Was hast du denn jetzt gemacht? Boah. Du bist ein harter eh. Ja. Jetzt werden neue Töne angeschlagen. Rauere Töne. Hä? 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 Ich hatte doch grad das Schild. Wo ist es jetzt hin? Jetzt hab ich auch ein Schild verloren. Du hast das bestimmt eingesteckt. Nee hab ich gar nicht. Guck mal rein. Ich hab's wirklich eingesteckt. Guck mal rein. Sag ich doch. Aber nicht mit Absicht. Kannst du's bitte wieder hin machen? Ist so. Ja. Eins hat gereicht. Achso. Wer konnte das denn wissen? Aua. Ah. Kratzen. Aua. Aber jetzt bräuch ich beide Hände. Verdammt. So. Ja. So war's. Ah. Superbar. Füß. Aus. Neu. Zwei nicht. Zwei nicht. Ah. Die Musik ist zu gut heute. Muffis. Geile. Was? Was bleibt da? Ich weiß was. Ich reiß den Müll da jetzt auch noch weg. Die Knauze voll. Jetzt ist doch eh schon egal. Wieso willst du dein Haus weg machen? Doch nicht mein Haus. Sag mal. Muffis Knusperkiste. Die muss wieder hin. Die muss wieder hin. Für das Futter. Ah ja. Ich mein für das Volk. Das Volk kriegt bei mir nichts zu essen. Voll. Ja. Man muss doch mal. Ist das bei dir nimmer so verankert oder? Ne ne. Ja war schon schwere Zeit dann. Ja. Es war schon sehr schlimm. Drüben. Wieso kann ich mich darüber so amüsieren? Ich weiß es nicht. Weil du Mästen gewohnt hast. Du hast es gar nicht mitgekriegt. Ja ist richtig. Ich bin erst 12. Wie alt bin ich? 13? Ich weiß gar nicht mehr. 39. 9. Alter. Ich bin so ein alter Step. Alter wir haben es gleich. Abgesehen von dem Stück da hinten. Huch. Da bist du ja. Ja. Ich bin noch nicht fertig. Ich mach nur ne Pause. Äh. Warte mal. Ich glaube es ist Screenshot Time. Und zwar. Jetzt seh ich mich mal aus. Oh Gott. Ich geh weg. Ne jetzt komm mal her. Stell dich mal neben mich. Warte. Ich lauf grad irgendwie. Ich bin in der Third Person Ding. Und das ist grad bisschen schwierig. So warte mal. Alter. Schau mal in die Kamera bitte. Welche Kamera? Die? Ja genau. Sehr gut. Jawoll. Super. Schau mal ein bisschen nach oben. Sehr schön. Gut. So jetzt haben wir wieder Screenshots. Äh. Wie mach ich das jetzt? F5 genau. So weiter geht's. Wann bist du jetzt mit dem? Komm schon. Ich streng dich an. Nuss. Mach weiter. Alter. Wann bist du jetzt mit dem Haus endlich fertig? Bist du fertig? Ne ich bin noch nicht fertig. Ja. Ich mach nur ne Pause. Ne kreative Pause. Du bist auch ne kreative Pause. Ich bräuchte vielleicht noch nen Heute-Flock. Dann schlag dir einen. Aber nicht aus meiner Hütte. Ich schwör's dir. Ich geh hinten hin. Ne ich brauch nen Punkt hin. Hast du überhaupt nen Fundament gegossen? Nö. Das sieht man doch sowieso nicht. Aber wie soll denn das Haus stehen bitte? Ja. Darum mach ich mir Gedanken wenn in Version 1.7 der Erdlutsch kommt oder irgendwas. oder sowas. Naturkatastrophen. Ja wie bei Sin City oder? Mh. Kommt plötzlich die Aliens und klauen dann aus. Ganzes Spiel war ne Naturkatastrophe. Ja. Das ist sogar noch ne Naturkatastrophe. Sieht das gut aus? Ne es sieht nicht gut aus. Ne es sieht nicht gut aus. Was denn? Du weißt das gar nicht. Ich steh direkt neben dir. Ich seh dich nicht. Ja und warum nicht? Weil ich Batman bin. Du bist da hinten. Was meinst du denn? Ich bin Batman. Fick dich einfach. Ich mach's wieder weg. Was denn? Nein. Das sieht super aus. Der Holzblock da oben der da raus guckt. Das sieht spitze aus und das musst du fortführen. Das musst du. Und zwar. Das muss noch. Pass auf. Was machst du denn jetzt? Ne. Was machst du denn jetzt? Warte. Hier muss auch noch Holz hin. Nein. Doch da oben muss Holz hin. Mach da Holz hin. Mach da sofort Holz hin. Mach. Mach. Ich hör. Mach das Holz hin. Also. Was? Halt die Fressen. Du hast dein Holz eingesammelt. Du musst es da wieder hin machen. Ja mach ich auch. Gut. Ne und vor allem da oben da muss ein Balken rein. Nein nein da muss ein Balken rein. Nein da kommt kein Balken rein. Verdammt scheiße. Doch da muss einer rein. Das Haus hält doch nicht. Ich mach in dein Haus gleich ein Balken rein. Es bleibt jetzt so. Es bleibt so. Ich werd's halt heimlich umbauen. So schaut's aus. So ist heimlich um in der nächsten Aufnahme dann. Ja vor der nächsten Aufnahme halt. Muss ja keiner mitkriegen. Ja. Ich krieg's mit. Nö. Ach ich erzähl dir ja alles. Ach ich geh mal wieder ausrollen. Und. Die Kiste kommt da. Ich geb dir jetzt noch eine halbe Stunde Zeit. Und dann ist die Kiste da weg. Aha. Es ist nicht meine Kiste. Ich weiß nicht. Welche denn dann? Das scheiß Zeug gehört dir. Ich weiß nicht wem die Kiste gehört. No. Du bist so ein alter Derb echt. Derb. 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 Deepdium. Übertreib es nicht. Ich brauch noch mehr Druckplatten. 1, 2, 3, 4. Hast du überhaupt ne Toilette. Hast du eine? Dein ganzes Haus ist auch eine. Nee. Ey Putzi. Was. Ja wir brauchen halt aber wirklich so ein Plumpsklo. Ey übertreib das jetzt nicht. Wieso übertreib ich es denn? Das ist grad was kaputt gemacht. Ja, das war eine Schaufel. Aus kostbarem Eisen. Ich brauche noch zwei Druckplatten. Ja, wofür denn? Haben wir schon mal Zäunchen gemacht? Ja, in der Holzkiste sind Zäune. Wenn jetzt keiner drin ist, packe ich dein Haus ab. In der Holzkiste sind Zäune, ich weiß es. So, in der Holzkiste... tatsächlich. Aha. Oh, das überrascht dich jetzt. Wo haben wir denn mal Zäune gebraucht? Wir haben ungefähr ein Kuhlager da hinten. Ach, stimmt ja. Die haben wir ja auch noch. Willst du mich mal füttern? Die habe ich sogar in der Aufnahme schon gefüttert. Ja, ich brauche erst mal Druckplatten. Ey, du bist so ein Strauß. Vogelstrauß. Ja, steck doch einen Kopf ins Sand ohne Hitze. Ich weiß nicht, warum du jetzt so fies zu mir bist, aber... Ich bin nicht fies zu dir. Ich bin immer lieb zu dir, mein lieber Muffin. Halt deine Fresse. Ich lasse dich an meinem tollen Leben teilhaben. Ich brauche noch mehr Leben. Was, mehr Leben oder mehr Leben? Leben. Leben oder Leben? Ich verstehe es nicht. Fick dich. Ja, ich wollte das Gästzimmer ein bisschen schöner machen. Aha, mit was denn? Mit Lehm. Ja, bau eine Lehmelte hin, ist okay. Ich hatte doch die mal Fackeln gesetzt. Hä, man kann auch jetzt Lehm machen, oder? Lehmblöcke. Ja. 1.6, wir spielen noch 1.6. Kommt das auch erst nach 1.6? Ja. Was kommt denn noch alles nach 1.6? Die Daylight-Ginger, oder? Daylight? Nein, die gibt es jetzt schon. Die gibt es schon, okay. Äh, es gibt Pferde. Und Ding, Teppiche kommen? Ja, Teppiche, Mo-Creatures, Leinen, beziehungsweise irgendwelche. Ach stimmt. Aber Ding gibt es, ähm, gibt es die... Ach ne, gibt es nicht. Aber doch, ich dachte man kann jetzt schon die Viecher anketten. Ja, das geht dann erst in 1.6. Also erst in 1.6. Da kann man dann... Das ist schön, da kann man dann richtig Leute aufhängen. Ja. Boah, erinnerst du dich an das Bild? Ja, das fand ich schön. Ja, ich hab mich so kaputt gelacht. Ähm, ja. Es war ein bisschen krank. Es war sehr krank sogar, ja. Da waren Sadisten am Werke. Ne, wie sagt man da? Doch, wir sind Sadisten. Ja, Trevieren, Trevieren.